Hallöchen, liebe Freunde, hier ist das Paxi-A-Team. Guck mal, da ist Batman, zieht das rein, gar nicht, ne? Vom Handy ist die Rede. Wir haben hier noch so ein paar kleine Naschkram. Ich dachte, das sollten wir uns mal präsentieren von Teddy. Naschkram. So, mich hat das mal ausgekippt. So eine kleine Toilette haben wir hier, extra von Teddy. Das wollen wir mal probieren. Die Scheißegal-Pille. So eine Kreide, so ein Weingummi. Irgendwie so ein Spray. So ein komisches Teil hier. Und ich meine, auch alle nicht teuer, so ein Euro und so eine Geschichte, ne? Aber wir wollten hier trotzdem mal durchprobieren. Und das mache ich jetzt einfach mal. Von Zuckerwatte probieren wir jetzt mal eine davon. Apfel oder weiß der geil aus. Die müssen wir jetzt mal gucken. Wie fühlt man sich überhaupt? Natürlich, ich mache mal. Also, ich kann ja auch nicht vorstellen. Also, erstmal fangen wir mal an hier damit. Kann man kriegt das in Heimwass? Das Zuckerwatte ja nicht, aber ziemlich konsistent. Ziemlich, nicht so groß. Boah, fruchtig. Es geht. Es geht. Aber? Zuckerwatte. 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 Aber die Konsistenz finde ich ein bisschen langweilig. Eher wie so Kissenwatte. Es ist ja ekel, aber es ist halt wirklich ein bisschen... Wetter. Ja. So. Damit sind wir schon durch mit das Video, weil das andere wirst du gar nicht mehr schmecken, weil es so süß ist, ne? Ähm. Warum müssen wir das noch aufessen, ne? Wir sind ja hervaxiert. Aber nimm jetzt. Hm. So. Jetzt erstmal... Für solche Süßigkeiten... Das war... Feuch. Medikament. Scheißegal-Pille. Und leg zwei, drei Stück rein. Müssen wir mal Scheißegal-Pille essen. Das ist ja schon geiler gemacht hier, ne? Scheißegal-Pille. Werkstoff, Ito, Co... Ich will den Fall mal. Scheißegal-Pille. Wofür ist sie verwendet? Was müssen wir für eine Einnahme beachten? Sie ist scheiß über... Ja gut. Ne, er ist neun Behandelte von zehn. Ja, häufig. Neun Behandelte von zehn. Okay. Ich wollte Scheißegal-Pille jetzt, damit das hier gleich weiter geht. Ja, das ist die Haut. Oh mein Gott! Kakao Masse, Milchschokolade, das würde ich dann mit Schokolade, also hau rein da. Werkt auch bei, ist mir doch Latte. Also die Schokolade für den Preis, also das war jetzt ein bisschen teurer, ist das nicht so gut, aber nice. Das ist witzig auf jeden Fall, scheißegal, Pille, werkt auch bei, ist mir doch Latte. So, jetzt geht's mal los, jetzt geht's hier nicht hin, was das ja auch immer ist, alles Gute zum Einschulung, irgendwelche, ich sehe keine Stangen, einfach nur ein paar kleine Gummibärchen. Die sehen nicht sehr lecker aus, die sind ein bisschen matt. Es schmeckt so, wie ich das vermutet hatte. Aber riechen sehr fruchtig. Ja, hier, probier. Jetzt für mich. Also, das ist auch gut, die ist, für 1 Euro, mhm. Also, auch nicht gerade umwerfen. Alter, das ist wahrscheinlich nur Zucker, echt. 1 Euro, kann ja noch besser werden. Mhm. Geh mal, bitte. Was ist das? Die Spritze. Wir nehmen ja Spritzen, ne? Also, eine Spritze mit irgendwelchen Pfützigkeiten, also das ist ja schon witzig, was Tee wieder verkaufen wird. Ja, wenn ich jetzt schon richtig lieb und so. Ist das ein Heiessen jetzt, oder? Das Geräusch war geil. War gut? Wann? Wann? Das war zwei, 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 zwei. Was ist für die Erdbeeren von hier? Danke. Das war der Masch. Wir können die Kurada-Venality. Das ist sehr lecker. Also, die Krassistente. Das ist Erdbeeren. Erdbeeren. Das ist fällig, dabei. Alter, wenn die hier mit irgendwelchen Gummibächern und so kurz am besten... Aber wo kommen die Dinger her? Alter, da gibt es noch Orangen nochmal, die alles verschwinden, oder wo steht denn drauf, was was ist? Die Konsistent, das ist wie so ein Weingummi-Glipper-Zeug. Die kannst du wahrscheinlich nicht nur auf einmal essen. Boah, Alter. Sehr lecker. Auch sehr nice. Jetzt kommen wir zu einem, die waren schon echt teuer, für 1 Euro oder 80 Cent, so ein Detail. Und das könnt ihr so alle, das sind so schön, ein bisschen länger. Wir reißen uns jetzt davon ein kleines Stück ab und dann machen wir diese Flüssigkeit raus. Ja, ich kann aber wahrscheinlich besser machen, als... Er darf hier benutzen, als... Ja, das darf ich ja. So, dann mache ich das. Ja, normal. Hm, ich hab mir gedacht, das ist ein bisschen sauer. Oh, die ist ja cool, das ist mir nervt. Ich probiere das jetzt mal ab. Es wird mal anders, ne? Das ist ja der kleine. Sauer-Moller. Na gut, sauer fand ich die jetzt nicht. Ich muss jetzt mal so, ne? Hm. Ich hab mir gedacht, kannst du doch wieder oben nehmen jetzt so. Also, die sind cool. Die schmecken mir gut. Alles war für Onkel. Für Fox. Kann auch mal probieren. Riecht ja schon wieder, ne? Hm. Also, bis jetzt ist die Zuckerworte noch das Beste. Riecht ja schon wieder. Vielen Dank.